Eddie, wir sollten da draußen sein und böse Typen verschlägen. Ich bin ein Raubtier. Ich muss frei sein. Du musst deine Aggressionen in den Griff kriegen. Oder wir finden uns in der Area 51 wieder. Du lebst in meinem Körper. Du hältst dich an meine Regeln. Söldige, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich bieg das wieder hin. Ich wiederhole mich umgehalten. Du bist ein Loser. Eddie Brock, ich möchte dir meine Geschichte erzählen. Die Leute lieben Serienmörder. Cletus, warum ich? Was meins ist, ist deins. Und was deins ist, ist meins. Ich habe schon früher Blut gekostet und das ist was anderes. Das einzige, was ich je auf dieser Welt wollte, ist ein Gemetzel. Ich bin nicht verrückt. Nein, wirklich, ich bin nur rachsüchtig. Oh, Scheiße. Oh, was soll das? Das ist ein Roter. Du musst sofort rauskommen. Dann erlaube ich dir alle zu fressen. Versprochen? Versprochen. Oh, ja. Eddie. Bei dir fühle ich mich zu Hause. Wie in einer Familie. Oh, wow. Du könntest einfach sagen, ich freue mich für dich. Das sollten eigentlich wir sein. Hey, ich freue mich für euch. Nein. Gott, das tut mir so leid. Mir nicht. Die beiden brauchen eine ernsthafte Paartherapie. Es begann als ein Urlaub. Begierig der strahlenden Zukunft in Kansas zu entkommen, verwandelte Arthur Howitzer Jr. die Reihe seiner Reiseberichtkolumnen in The French Dispatch. Einen wöchentlichen Tatsachenbericht zu den Themen Weltpolitik, Kunst, hohe und niedere und breit gefächerte Alltagsgeschichten. Ist das nicht ein bisschen zu Halbseiten diesmal? Finde ich nicht. Für anständige Leute? Es sollte charmant sein. Er stellte aus den besten Exiljournalisten seiner Zeit ein Team zusammen. Berenson, Sazerac, Cramans, Roebuck Wright. Das waren seine Leute. Lassen Sie es so wirken, als hätten Sie es bewusst so geschrieben. Thema des heutigen Vortrags abends. Mr. Moses Rosenthaler. Gewiss die lauteste künstlerische Stimme seiner rauflustigen Generation. Simon, Nackzell, Blockjot, Hobbyraum. Ich will es kaufen. Ist nicht zu verkaufen. Ist es doch? Ist es nicht. Ist es doch? Ist es nicht. Ist es doch. Ist es nicht. Ist es. Kurzum, das Bild war eine Sensation. Das waren die Kinder. Sie zerstörten tausend Jahre republikanische Autorität in weniger als zwei Wochen. Was Sie wollten? Freiheit. Punkt. Ich bin nackt, Mrs. Cramans. Das sehe ich. Ich bin nackt, Mrs. Cramans. Ich bin nackt, Mrs. Cramans. Ein großartiger Vertreter der Kochkunstrichtung Polizeikoch. Die Aromen zogen jeden in ihren Bann, der auf tödliche Weise gebrochen wurde. Wie Sie schon wissen, haben wir Ihren Sohn entführt. Estergastung, der wurde eine Zuwärtskennig, descritte. Hallo, wo ist die Schöpfle? Alle. Wö soupforscht? Die Druckvorstufe sagt, eine Stunde bis zum Druck. Du bist gefeuert. Wirklich? In meinem Büro wird nicht geweint. The French Dispatch Hey, was macht ihr hier draußen? Es ist Halloween, wir haben Streichel gespielt. Seid ihr etwa allein hier? Da ist so ein unheimlicher Typ in der weißen Maske. Wo? Der wird die ganze Zeit mit uns verstecken spielen. Wo habt ihr den Mann gesehen? Guck! Oh mein Gott. Lauf! Geht nach Hause! Was in aller Welt ist das? Die Tür ist verschlossen. Machen Sie sie auf! Na los! Wer hat Michael umgebracht? Meine Großmutter hat das Feuer gelegt. Hat es ihnen keiner gesagt? Was meinen Sie? Dass Michael Myers noch lebt. Niemand kann dieses Feuer überlebt haben. Vor 40 Jahren hat uns das Böse gejagt. Wir haben Michael Myers überlebt. Laurie, was sollen wir machen? Wir werden uns... Mann! Unsere Familie wird ihn töten. Wir machen Jagd auf ihn, dann hat das ein Ende. Das wird gestirrt heute! Er wird nicht aufhören zu töten, bis wir ihn aufhalten. Die Spur von Michaels Opfern führt in eine Richtung. Zu Michaels Elternhaus. Jemand ist in unserem Haus. Er macht Jagd auf mich. Aber ich mache auch Jagd auf ihn. Ich will ihm die Maske runterreißen und zusehen, wie sein Leben erlischt. Damals, als wir noch Sieger hatten, hatte ich Angst. Die Konkurrenz schnappte ich mir weg. Fünfmal hast du das All-American gewonnen. Aber das ist lange her, oder? Das war vor dem Unfall. Vor dem Alkohol. Weißt du, wie viele Leute mir geraten haben, dich gehen zu lassen? Sagst du was dazu? Howard, du warst für mich immer ein schwacher, feiger, kläglicher Mensch. Aber weißt du, warum sollte ich unhöftig sein? Du stehst in meiner Schuld, Mike. Und du hast mir dein Wort gegeben. Und das war mal was wert. Mein Sohn, Rafael, ist in Schwierigkeiten und ich will ihn aus Mexiko rausschaffen. Ich soll da runterfahren und ihn kidnappen? Bitte, bring ihn einfach hierher. Bloß ich? Ja, bloß ich. Rafa, du kannst rauskommen. Ich bin ein Freund der Familie. Fassen Sie mich an und gib Schläge, alter Mann. Gott im Himmel. Rein mit dir. Wir fahren und ich sag Ihnen, okay? Hör zu, du fährst jetzt gleich mit dem Krankenwagen. Bloß nicht aufregen. Das ist nicht gut für Sie. Sie waren mal stark. Macho. Ich war mal alles Mögliche. Aber das ist vorbei. Und ich sag dir was. Dieses Macho-Ding ist überbewertet. Die Leute versuchen nur, Macho zu sein, um ihren Mund zu beweisen. Nur das bleibt Ihnen dann am Ende. So läuft's im Leben. Man glaubt, man kennt alle Antworten. Ich heiße Mike. Martha. Dann merkt man im Alter, dass man keine einzige kennt. Wir alle stehen im Leben vor Entscheidungen. Du musst jetzt deine treffen. Sein Name ist Macho. Er ist wie ich. Ganz starker Hahn. Wenn du meinst. Ist Name nicht gut? Doch. Wenn einer sein kleines Hühnchen so nennen will, dann soll er's nur machen. Bis zum nächsten Mal.